Na Mäbelchen, magst du rüberkommen? Na probier mal. Oder willst du gleich zu mir? Okay, kannst du auch machen. Soll ich dir einen Arm geben? Guck mal hier. Nee, das war doch ein klitzekleiner Irrtum. Ich glaube, du möchtest lieber hier hin. Guck mal. Bille, Palle, Peli hat schon wieder beim Spatzenfutter genascht. Da kann man natürlich auch gucken gehen. Soll ich mal das Telefon wegnehmen? Dann kannst du nämlich, du kannst auch so, schmeiß es einfach um. Ja, gute Idee. Okay, das Mäbel arbeitet sich ran. Ja, komm mal. Pass auf, ich fahre noch ein Stück zurück mit meinem Schreibtischstuhl. Das wäre jetzt wieder die nächste kleine Sackgasse. Du musst da landen, wenn du möchtest. Schaffst du. Ja, da steht es Spatzki-Essen. Warum fliegen, wenn man laufen kann, ne? Hm, ich merke schon. Das wäre jetzt wieder die falsche Richtung in Sachen Spatzki-Essen. Schaffst du doch. Schaffst du doch. Guck mal, wer auf den Schrank kommt, der kommt doch auch da rüber. Einmal um die Ecke gucken. Komm, du bist gleich da. Mach mal schnell, ich muss gleich niesen. Ui, ui, ui. Da, sie juckt schon. Oh, was gehört der Pimpf. Na los, Mabel. Gleich geschafft. Jawohl. Das war ja jetzt der volle Megasprung noch, ne? Guten Appetit. Hast du prima gemacht, ja. Jawohl.